Es wurde ein allseits gelobter und vielbeachteter Schautag in Langen-Grassau. Die TWL bieten ihren Kunden eine innovative und hochwertige Lärntechnik an. Technisch äußerst interessant und bemerkenswert umfangreich. Zum Tag der offenen Tür präsentierten sich selbstverständlich auch die anderen Bereiche, so zum Beispiel die Innenwirtschaft. Dazu gehört unter anderem der Komplettservice Planung, Bau und Modernisierung für Anlagen in der Tierproduktion. Um den Erwachsenenbesuchern ausreichend Zeit zu geben, sich umzuschauen, war für die kleinen Leute viel Kurzweil im Angebot. Zur Stärkung gab es selbstverständlich Deftiges vom Grill. Der Agrarshop erfreute sich besten Zuspruchs. Futtermittel, Werkzeuge, alles für Haus, Hof und Garten oder Berufsbekleidung sind dort zu erwerben. Dennoch machte die faszinierende Technik im wahrsten Sinne des Wortes das Rennen. Zum Tag der offenen Tür bei den technischen Werkstätten Langen-Grassau. Untertitel, Vielen Dank.